Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Case and the Wild Mask. Wir sind in der dritten Welt angekommen und das erste Level heißt Fühl den Fluss. Ich denke mal da wird es wieder eine Verwandlung in den Hai geben. Lass uns einfach mal überraschen. Das können wir alles einsammeln. Sehr gut. Ich mache mal Blatt. Und dann, ja. Ah, da ist, okay, da ist das K. Das heißt, wir werden einmal wieder zum Hai und müssen dann dieses Level schaffen. Natürlich müssen wir auch sehen, dass wir die ganzen Bonus-Level hier anbe... dass wir die ganzen Bonus-Level hier bekommen. Oh, was bist du denn da? Eine Gurke. Alles klar. Okay, du Gurke. Was ist das denn hier? Ein Seestern und hier unten sehe ich sogar schon einen Bonus wieder. Der war nicht so schwer versteckt. Besiegel sieben Gegner. Alles klar. Oh nein. Ich hatte noch genug Zeit. Ich hatte noch genug Zeit und habe mich hier so unnützig treffen lassen. Sehr schön. Da sind wir durch und haben das erste von zwei Bonus-Leveln. Okay. Die Diamanten möchte ich gerne einsammeln, weil die brauche ich ja. So, das muss ich blatt machen. Hier kann ich unten durch. Hier kann ich oben lang. Oh mein Gott. Gut. Da gab es noch was dort unten. Wo muss ich dort unten weiter? Okay, ich muss wahrscheinlich dort unten weiter. Gott sei Dank gibt es hier kein Zeitlimit. So, du bist kaputt. Hier müssen wir schnell durch. Okay, 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 okay. So, das nehmen wir mit. So. Wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Das heißt, jetzt geht es darum, jetzt geht es darum, das zweite Bonus zu finden. So. Okay. Hallo, Gurke. Seesterne. Hätte ich vielleicht sogar gedacht, dass es hier irgendwas gibt. Da ist es Z. Okay, das nehmen wir mit. Dann fehlt das E. Mal gucken hier. Äh, hahaha. Mein Gott, was bist du denn da? Okay. Da war ein Bonus. Ich habe es gerade so noch gesehen, bevor ich vor dem fetten Fisch da geflohen bin. Sammle alle Kristalle. Okay. Alle Kristalle ohne getroffen zu werden. Sagt er und schwamm in dieses komische Ding da rein. Na gut. So, dann ging es hier nach oben. Dann ging es hier durch. Dann hier hin. Dann hier hin. Dann nehmen wir den noch mit. Dann nehmen wir den noch mit. 12 Sekunden. Okay. 12 Sekunden haben wir noch. Okay. Das war es. Sehr gut. Der zweite Bonus gehört auch uns. Das müssen wir nur sehen, dass wir hier vor diesem fetten Fisch entkommen können. 117. Weg hier. Jawohl. Ich glaube, wir sind durch. Das ohne Treffer. Komm, ich will mal die Diamanten nämlich noch mit. Hier 125 ab rein hier. Level abgeschlossen. Alle Case Buchstaben. Alle Bonus Level. 125 Diamanten und kein Schaden. Das heißt, 100% dieses wunderschöne Level abgeschlossen. Es hat Spaß gemacht. Eins von sieben grüne Diamanten. Kommen wir dann ins Album reinschauen. Vielleicht machen wir das auch zum Schluss mal komplett. Mhm. Dann können wir die ganze Geschichte vielleicht erleben. Für den Fluss abgeschlossen. Seilbahn Ranken ist das nächste Level. Das werden wir uns aber erst im nächsten Part anschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Tschüssi. Unicorn Zombie Apocalypse. Tschüssi. 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 Vielen Dank.